Ladies and Gentlemen, welcome to the one and only famous Ace Café Circus. Herzlich willkommen zu unserem Ace Circus. Endlich ist er da. Die letzten Monate haben wir viel Zeit damit verbracht, einen alten Zirkuswagen auszubauen, rauszureissen, Sachen nie zu tun. Und jetzt steht er bei uns auf Platz und wir haben unglaublich Freude, dass wir euch in den nächsten vier Monaten vorm Ace etwas bieten können, das ihr so noch nie gesehen habt. Dieser Zirkuswagen bietet Platz für Personenanzahl zwischen 20 und 25. Also wenn ihr euch in Gruppen, eure Familie, euch ein Firmenessen bei uns feiern wollt, habt ihr es in einem perfekten Ambiente bei uns direkt vorm Ace in diesem Zirkuswagen drin. Mein guter Freund Oli von Diverso hat den Wagen ausgebaut. Ich glaube ohne ihn wäre das Projekt gar nicht möglich gewesen. Und diese ultracoolen Grafiken, die wir jetzt hier haben, sind von Marco und Devero von Tiefgang, respektive Queen Kong. Unser Zirkusdirektor, der UIVO, wird euch immer begrüssen. Und bei uns gibt es vom feinen Burger über à la carte Menü bis hin zu individuell gestalteten Sachen alles. Ganz wichtig, ihr dürft auch Raclette bei uns essen. Raclette nehmen wir ab Personenanzahl von 10 zu uns, das könnt ihr alles mit uns anschauen. Das Projekt Ace Circus ist nur dank unseren wertvollen Sponsoren möglich gewesen. Wir haben allen voran Jägermeister, wie das Unschwerzer Können ist, welches in ganz schönen Elementen integriert worden ist. Wir haben als weiteres Yamaha Schweiz, welches uns den absolut coole Trial zur Verfügung gestellt hat. Das ist das alte Stuntman Bike. Weiter geht's mit Red Bull, welches wir wunderbar in die Bar integriert haben. Und last but not least, die Braustation von Sorsi. Andi und ich haben diese Geschichte integriert und es freut uns, dass wir das regionale Bier integriert haben in die Zirkuswagen. Red Wing Shoes, das ist etwas, was wir tragen im Eis und das selbstverständlich alle uns im Zirkus fehlen. Okay, und jetzt wenn ihr Lust habt, geile Zeit im Eis Circus zu verbringen, tötet bitte reservieren, läutet uns eins an oder direkt via E-Mail an uns an info.1cafe.luzern.ch Und wir werden ganz sicher den Stand bringen, dass sie bei uns sein werden.